Hallo, mein Name ist Ilona Burow und ich schreibe Songtexte. Ich schreibe meistens auf Deutsch und in verschiedenen Genres. Am erfolgreichsten bin ich im Schlager und bei Kinderliedern. Ich bin Stipendiatin der Erzählerschule. Das ist Deutschlands einzige Masterclass für Textdichter. Und ich habe auch schon verschiedene Preise gewonnen für meine Songtexte und verschiedene Erfolge gehabt, zum Beispiel in den Airplay-Charts, in den Verkaufscharts, in Rundfunkparaden. Aber ich schreibe nicht nur Songtexte, sondern ich unterrichte auch. Ich gebe regelmäßig Workshops, wo ich Handwerkszeug vermitteln. Es ist nämlich nicht nur eine Begabung, wenn man Songtexte schreibt, sondern es ist auch Handwerk, das man lernen kann und die sogenannten Schreibmuskeln kann man trainieren. Und dazu vermittle ich euch verschiedene Dinge. Also da geht es zum Beispiel um das Thema Metrik, Reim, Tiefe für den Songtext, wo finde ich Inspirationen und so weiter. Das gibt es in meinen Workshops und außerdem gebe ich noch Coachings oder mache Textüberarbeitungen. Wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Auch wenn ich meistens Schlager- und Kinderliedern mache, sind die Workshops und die Coachings offen, was das musikalische Genre angeht. Also du bist immer willkommen, wenn du irgendwie deutsche Songtexte schreibst. Ja, für wen ist es nichts, was ich anbiete? Also meine Angebote sind nichts für dich. Wenn du denkst, mein Text ist schon super, ich bin total zufrieden damit und möchte daran nichts ändern, dann brauchst du auch kein Coaching bei mir und brauchst dann auch kein Workshop zu besuchen. Und das andere, was ich nicht mache, ist, wenn du schreibst, hauptsächlich um dich selbst auszudrücken, also quasi als Therapie, so was wie Tagebuch schreiben und so weiter. Das ist eine wunderbare Sache, aber das ist nicht das, was ich mache. Also bei mir geht es vor allem um Wissen, um Handwerkszeug. So, wenn dich das anspricht, dann freue ich mich auf deine Anfrage und vielleicht sehen wir uns bald beim Coaching oder in einem Workshop. Bis dann, tschüss!